Aber eins wird... Nein! Nein! Das wollte ich nicht löschen! Fuck! Der Scheissdreck! Hey, hier ist ein Michi. Ich bin Marc, der B-Mac. Und eigentlich habe ich schon alles aufgenommen. Aber irgendwie hat es nicht auf der Rekorde. Jetzt ist mein Platz auf meiner Festplatte angekommen! Scheiss drauf! Das ist das Resultat der ersten Welt. Wir sind in einer neuen Welt angekommen. Äh... was die heisst? Die Elbs. Und das ist der erste Scheiss, den wir jetzt hier aufnehmen. Nehmt es überhaupt auf, dieser Regissedreck! Ja, es nimmt auf! Let's go! Ich hoffe, es geht! Ihr seht, hier haben wir ja schon gebaut. So drüber und so. So ein Schild hier unten links. Da müssen wir alles drüber. Und neu können wir auch die Dinger hier verschieben. Also wir haben sie nicht mehr fix, die wir bauen können, sondern die Dinger verschieben. Schauen wir es an! So, der Giancina hier. Nummer 1. Freude hat er! Geht doch mal gut. Sammy Klaus ist am Start. Bis jetzt ist es gut. Mal schauen, ob er da auch ankommt. Uh, 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 uh. Ah, sind wir fein, sind wir fein. Sammy Klaus kommt da auch an dran. Ja, komm. Nein, sie ist Sammy Klaus, Mann. Oh, ein Wichser. Ja, ja, komm, schau jetzt. Nein, fucking Scheisse, Mann. So, vielleicht kann ich da noch so... Ja, aber die sind so teuer. Okay, Mann. Aber eins wird... Nein, nein, das wollte ich nicht lösen. Das ist ja... Fuck, der Scheissdreck. Ah, Gott. Er spielt mich nicht gerne. Gott, verdammt. Er spielt mich nicht gerne. Also warte, jetzt so. So. Und nachher nehmen wir... So ein blödes Seili. Was muss man hier haben? Ja, komm, vielleicht bringt es etwas. Hat das? Ich pick den Scheiss. Okay. Gut, es wird überdiskutiert. Aber wenn ich hier das so hinten anmache... Was kriege ich damit? Hier. 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 So. So. Jetzt habe ich den ultimativen Monsterdurm. Hat der? F-Face-Samy-Clothes. Ah, was jetzt hat der? Jetzt kommt er über der F-F-Face-Samy-Clothes. Der F-Face-Samy-Clothes! Wuuh! Der F-Face-Samy-Clothes hat doch geschafft. Aber hier stetscht er mit dran. Nein, Mann. Hu-F-Fucking-Shit. Ich weiß es nicht genau. Und hier auch noch eine schöne breite Sechere. So. 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 Wo mit? Jetzt gehts! Jetzt gehts! Samykloss steht unten nur knapp. Es ist eine knappe Sache. Bitte nicht. Er hat es auch geschafft. Der Rest ist angekommen. Was habe ich alles genau hier? Ich glaube es kommt gut! Endlich! Und? Alles erfüllt, oder? Yeah! Success! Mit sogar so einem Teil Was muss der können? Der geht so runter, ja Ah! Da muss ich Dings bauen Jetzt muss ich da Skischanzen bauen Irgendwie so, so 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 Komm Komm gut, muss ich vielleicht noch nicht machen Das ist noch easy, schau jetzt Oder noch nicht, das ist etwas zu krass, die Rampe Ich glaube wir das auch eher so machen Ok, Oh, 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 eh, oh, eh, voilà, das ist jetzt, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, oh, vielleicht brauche ich den nicht, und den brauche ich auch nicht, wie immer jetzt, den brauche ich auch nicht. Komm mal, schau mal, ob das jetzt ist, ok. Der ist ein Problem. Der ist ein Problem. Der ist ein Problem. Ich habe den Weg gebraucht. 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 Wenn ich den Weg gebrauche, dann probiere ich ihn schnell. Mehr oder weniger hat er es schon. Hier unten geht es. Es muss gehen. Oh! Oh! Aber verdammt! Jetzt müssen wir es noch etwas... Vielleicht noch etwas... Ah! Schau! 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 Wumm! Bam! Und gelandet. Nicht schlecht. Geht ihr ins Nebeltal runter. Ich bin Marc. Nicht ganz perfekt. Aber das ist ja erst die Early Access Version V0B02.31 Und wer weiss, bis zum Final Release in 200 Jahren kann ich dann sicher auch die Brücke machen, ohne dass sie kaputt geht. Euer Marc. Euer B-Mac. Geniesst's! bis zum nächsten Mal!